Herzlich Willkommen in der Seeufer-Residenz am Möhne-See. Unser traumhaft gelegenes Altenpflegeheim glänzt mit direkter Aussicht auf den Möhne-See und den angrenzenden Ahnsberger Wald. In unserer Einrichtung steht der Mensch im Mittelpunkt unseres Handelns. Hier schaffen wir die Voraussetzungen für eine wohnliche und geborgene Atmosphäre. In liebevoller Betreuung kümmern wir uns auch um abwechslungsreiche Tagesbeschäftigungen. Mit hauseigener Fußpflege und einem Friseur bieten wir weitere Serviceangebote, die Sie bei uns in Anspruch nehmen können. Wir unterstützen die sozialen Kontakte unserer Bewohner innerhalb und außerhalb des Hauses. Je nach Pflegebedürftigkeit fördern wir die individuellen Fähigkeiten. Mit vielseitigen Tagesangeboten in einer gut funktionierenden Hausgemeinschaft fällt eine schnelle Integration leicht. In unserer hauseigenen Großküche versorgen wir alle Bewohner mit frisch zubereiteten Mahlzeiten. Selbstverständlich setzen wir auf eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung. In den großzügigen Zimmern mit toller Aussicht können Sie sich auch mit persönlichen Möbelstücken wie zu Hause fühlen. Verbringen Sie den Herbst Ihres Lebens an einem der schönsten Orte Westfalens, in der Seeufer-Residenz am Möhnesee. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vorbereitungssysteme von der Seeufer-Residenz am Möbelstücken. Untertitelung des ZDF, 2020